Musik In Stettin geboren, lernte Riemann zunächst den Berufs des Schiffsbauers. Über eine Laiengruppe kam er schließlich zum Schauspielstudium in Potsdam und Berlin. Bühnenerfahrung sammelte er etwa in Meiningen und Weimar. Nach der Wende arbeitet Riemann jahrelang als Journalist beim NDR, vor allem für das Nordmagazin. Im Eulenspiegel Verlag erschien 2001 das Buch, Der Fall Beluga, in dem er gemeinsam mit Michael Schmidt das Schiffshunglück auf der Ostsee 1999 aufarbeitete. Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi 2013 wurde bekannt, dass Riemann in den 1960er Jahren inoffizieller Mitarbeiter für die DDR-Staatssicherheit war und als solcher sein Umfeld in Thüringen ausspioniert hatte. Er selbst begründete die Tätigkeit später mit seiner kommunistischen Weltanschauung. In seiner Zeit als Schiffbauer hatte Riemann Beiträge des damaligen Journalisten Egon Bahr gehört. Dem späteren Architekten der SPD-Ostpolitik begegnete Riemann nach dem Fall der Mauer. Sie kommunizierten intensiv, segelten zusammen auf der Ostsee. Dokumentiert wird der Austausch im gemeinsamen Band, Annäherung durch Wandel, kalter Krieg und späte Freundschaft. Talitäten der Staubschiffschiff. Kontrolleist ist die Rück ветaji von Tempo-Tamose. Konex Exportolin, Sprecher, Entferber, 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 Entferber. Vielen Dank.